Musik Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay Commentary in Team Fortress 2 Ich bin hier auf meinem Chrome Browser und ihr seht schon random TF2 Loadouts Ich habe das hier gesehen, als jemand etwas gepostet hat bei Steam Und wieso probieren wir das ganze mal nicht aus? Ich werde jetzt hier einmal draufklicken Und ich spiele heute als Sniper mit dem Huntsman, den Darwins Danger Shield und den Kukri Und wenn ich jetzt sterbe, werde ich einfach nochmal eine Random Klasse nehmen Beziehungsweise ein Random Loadout Und wenn euch das gefällt, dann schreibt es in die Kommentare Ich weiß nicht, wie es ablaufen wird Vielleicht wird es witzig, vielleicht wird es anstrengend, aber scheiß drauf So, herzlich willkommen, wir sind jetzt hier auf King of the Hill Nuclears Oh nein, ich hasse es, wenn irgendwelche Leute vor der Spawntür stehen und irgendwelche Kacke machen Na Er trifft zum Glück auch nicht Ha, 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 ha Ja, ähm, dir glaubt jetzt jeder, ne Und du mit deinem Deadringer hier, also, je, je Da vorne ist er, nein Oh mein Gott, wie habe ich das überleben können Äh, okay Okay, läuft irgendwas schief Na gut Ich krieg die ganze Zeit Lucky Crits Das ist ja herrlich 4, 3, 2, 1 Jetzt bin ich tot Ja, äh, wenn wir jetzt gewinnen, bin ich glücklich Aber wir werden nicht gewinnen Und mir ist es wurscht, ob wir gewinnen Nächste Klasse So, nächste Klasse ist Wieder der Sniper Nur mit anderen Waffen Yay So Neue Runde Wir haben die letzte Runde gewonnen Und ich muss mit dem Set jetzt hier spielen Ich hab, ich hab ne SMG Oh, oh, oh Oh Gott Er hat sich nicht mal bewegt No I must say no Darum ist er beim Heavy, glaub ich Komm her, bewege dich noch ein paar Zentimeter nach rechts jetzt Oder auch nicht Huppala Wo kommt der denn her Der ist genau Oh, oh, oh Nein, nein, nein Nein, nein So, ich hau mal ganz kurz ab hier Ich hab ein bisschen Schiss bekommen Ähm, ja Ich kann eigentlich jetzt nur Snipern Ich versuch Fuck, fuck das, fuck das Oh, der haut richtig rein, der Schuss von dem Scout Irgendwo hier muss ein Spion sein Äh, ja, okay Ich hab ihn, ich hab ihn, glaub ich, gefunden Ich versuch mal hier in die Richtung zu gehen Vielleicht kann ich den Heavy da irgendwie headshotten Ach, scheiße Auf jeden Fall hab ich den mal bekommen Ah, Mist So So, wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Autsch, da unten ist ne Sentry So viel ist klar Autsch Nein 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 Und nochmal ein Body Shot, komm Oder ein Headshot Wo kommen denn die ganzen Spione her? Rieb der auf Ich hatte da keinen Dead Ringer Das Coole ist, wenn man jetzt so 6 Köpfe gesammelt hat Kriegt man relativ Lass mal den Medic mal in Ruhe Der schaut so süß aus Oder nicht Kriegt man ein relativ schnell aufgeladenes Teil Und man trifft dann am besten nicht, ne Scheiße Manchmal trifft man, manchmal trifft man nicht Geh down Tschüss Also ich, ich lebe momentan relativ lange Vorne baut der wieder in der Sentry Fuck, ich treff den manchmal nicht Jetzt hab ich ihn, aber Boom Äh Boom Ja gut, da verstehe ich Friendly schon Die versuchen da irgendwie einen Glitch zu machen Den helfe ich jetzt auch Nein Verdammt Was für ein Tod Von irgendeinem Typ, die da gerade rausläuft Nein Aber ich hab Ich hab was geschafft Bin zweiter Platz Okay, gleich nochmal Was Auf der Map Ist es, ist es, ist es dein Ernst So Leute Ich spiel jetzt mit dem Rocketjumper Mit der Shotgun Mit dem Market Gardener Das Problem ist Ich hab auf Nucleos eine Runde gespielt War sogar relativ gut Aber hab vergessen aufzunehmen Ich hab einfach vergessen aufzunehmen Das war einfach so peinlich Hat er grad getauntet? Ja Und deswegen Muss ich jetzt hier nochmal auf Sawmill spielen Mapwechsel und so Ne So, Demoman Du störst nicht mehr meinen Medic Wäre aber nett Wenn mich Huh Wo kommt denn der Demoman? Ah, da ist noch ein Demoman Hilfe Wo kommen die denn alle her? Scheiße Hat er mich schon gesehen hier oben? Oh Oh Gott Wie unnötig Weiß Oh Mann Okay Ab zur nächsten Klasse So Damit hab ich jetzt nicht gerechnet Islander Quickie Bomb Launcher Den ich noch nie benutzt habe In meinem Ernst Also Keine Ahnung wie sich das Teil verhält Ich glaub Es ist stärker Wenn man es irgendwie auflädt Oder so Keine Ahnung Irgendjemand Schieß meine Gehen die kap Sind die Kat kaputt gegangen? Moment Ja gut Töte ihn halt Ach die Dinger Gingen kaputt Aha Okay Damit hab ich nicht gerechnet Hilfe Ich werde von allen Seiten angeschossen Okay mit dem Teil kann man so Boom 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 Aber ich kann damit nicht umgehen Ich bin nicht gut als Demo Boah diese Explosionen Au 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 Von was hab ich jetzt Was abbekommen Oh Was Hab ich jetzt zwei Köpfe? Okay Das sieht mir auch aus wie ein Ja tut mir leid Aber ich find's Merkwürdig Dass die Dinger kaputt gehen Oh mein Gott Der Mikro Ich seh voll der Team Fortress Noob Weiß nicht was der Quickie Bomb Launcher kann Tut mir leid Da kann man richtig Spammen mit den Dingern Abistreinköpfchen Und wir gewinnen Lass mal Lass mal helfen Hier Punkt einzunehmen Yay Wir haben gewonnen Wahnsinn So Ist jetzt Mapwechsel Oder Swiper du bist blind Okay Mapwechsel Und das bedeutet auch Neuer Charakter Das war eine schnelle Runde So Das ist jetzt das letzte Loadout Wenn's euch gefallen hat In die Kommentare schreiben Und es ist Der Scout So Endlich Neue Map King of the Lakeside Wir haben den Quarkenden Fisch dabei Ihr glaubt mir nicht So Nein Okay der Quarkende Fisch ist gut genug Um unsichtbare Spione zu finden Mal kurz die Bonk trinken Damit wir nicht vom Feuer Irgendwie Schaden bekommen Da war irgendwo ein Spion Ich hab ihn gehört Da war der Lucky Crit Und läuft besser mit dem Scout Nein Nein Ich bin ja fast tot Ich dachte ich könnte einen Quarkenden Kill machen Scheiße Warum hat der Spion das Medikit Aufgehoben Okay Einmal kurz Medikit nehmen Bonken Und abhauen Ich wollte eigentlich Oh mein Gott was war das denn Ohohoho die sind ganz schön aggro Jetzt kommt der Quarkende Fisch Der Quarkende Fisch Nein Demoman Nein Scheiße Da unten ist ein Scout Den mag ich quarken Wo kommt denn der Heavy her Irgendwo da unten war noch ein Heavy Vielleicht erwisch ich Da oben sind wieder zwei Sniper Die quarken mir zu Tode Okay Deshalb bin ich tot Okay das war's Wenn ihr es öfter sehen wollt Dann schreibt es in die Kommentare Wenn nicht dann nicht Wie gesagt Somit sag ich Tschüss Und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020